Hallo Freunde der Seitenunterhaltung, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Perils of Man. Wir sind noch mal im Theater, das wir ja davor bewahren sollen abzubrennen bzw. evakuieren sollen und ich muss jetzt selbst mal schauen was wir eigentlich gemacht haben und was nicht stimmt. Wir haben eine Tür bekommen, die wollte ich jedem drüber ziehen ohne Erfolg und unser Ziel war glaube ich einen Mantel zu bekommen für den Polizisten und unten mussten wir irgendwie glaube ich das Wasser einleiten und gleichzeitig hier diese Rauchabzüge aufkriegen und so weiter. Und da waren wir stehen geblieben. Der Heliumballon, kommen wir denn da eigentlich nochmal an? Können wir denn die Tür ranhängen vielleicht? Nein, Regenschirm. Nein, Brecheisen und Verlangen. Auch nicht. Elektromagnet und Tür. Vielleicht müssen wir in die Sauna gehen. Was machen wir denn mit so einer verkackten Tür? Tja, wir wissen das schon, denn wir müssen den Rauchabzug da oben quasi aufmachen. So, mit dem Typen können wir auch nichts mehr besprechen. Der elektrische Globus war jetzt auch wurscht. Vielleicht können wir doch nochmal was zum Direktor sagen. Die Tür vielleicht, die ihm überziehen. Nein. Wir müssen den Stempel klauen. Oh, Gruppier. Okay. Das bringt uns also nicht weiter. Wir brauchen diesen blöden Mantel. Dann gehen wir nochmal runter. Vielleicht können wir da ja was machen mit der Tür. Oh Gott, das klingt bedrohlich. Warum ist denn eigentlich diese komische Kohle, Laura? Was müssen wir denn damit machen? Okay, ehrlich, der Spor ist echt anstrengend. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Kaputte Ziegelmauer. Entschuldigung von der Wasserverdauung, dieser Raum ist vorhin geflogen. Es macht eine perfekte Ramp. Ah, okay. Jetzt können wir das da hochziehen und dann können wir die Kohle ins Wasser schmeißen. Oder was? Und nun haben wir nasse Kohle. Mit der wir nichts machen können. Ich hätte jetzt gedacht, wir können den Regenschirm benutzen, um das da wieder rauszuholen irgendwie, aber... Was... was soll das jetzt bringen? Ja, das wissen wir ja schon. Dafür haben wir ja... Ja, spannende Geschichte. Okay, das ist so ein bisschen irritierend, dass man hier quasi in Bereiche reingehen kann, der aber das offensichtlich nicht so richtig erkennt. Also auch das scheint noch nicht perfekt zu sein. Also so wie die nasse Kohle da drin war, wird die dann vermutlich reingesaugt oder was? Aber was soll das... was soll das bringen? Ja. Ja. Ja, das wissen wir ja schon, aber wie machen wir das denn? Ja, die hat ja... Dings. Jaaaa. Okay, aber was können wir denn jetzt hier noch machen? Wofür brauchen wir denn eigentlich diesen komischen Regenschirm? Ich kann die ja nicht kombinieren, oder? Ein Regenbrecheisen? Nee. Ja. Jaaaa. Das wissen wir auch schon. Können wir denen den Schirm geben? Nee. Okay. Wir können eben auch das Brecheisen nicht überziehen. Hm. Das ist ja ein bisschen unbefriedigend. Huch. Nein. Ah. Wollte ich nicht. Nein. Ah. Können wir den Affen befreien? Nee. Noch nicht. Die Aalmaschine. Den elektrischen Aal befreien. Wir können den Aal vor Regen schützen. Nein. Noch nicht. Sichtgerät. Ja. Was auch immer man damit sehen kann. Das muss eine bessere Use. Das muss eine bessere Use. Ich muss den Mönchern runternehmen, bevor ich die Pfechen nehmen kann. Ja. Das haben wir schon. Ja. Das haben wir schon. Was? Ja. Ja. Hier geht's auch nicht rein. Der Helium gefüllte Ballon hilft uns auch nicht viel. Man sieht auch leider nicht, womit man hier interagieren kann. Ich habe keine Ideen gerade. Da haben wir offensichtlich auch alles gemacht. Da hinten an die Tür kommen wahrscheinlich nicht ran. Was ist denn das da eigentlich? Nix. Hm. Da kommen wir auch nicht hin. Mit dem Direktor haben wir auch nichts mehr zu sprechen. Vielleicht kommen wir jetzt in der Haupthalle irgendwo hin. Aber. Ich kann es mir nicht. Nicht vorstellen. Wir haben auch nicht mehr wirklich viele Items, mit denen man was machen kann. Nee. Dem können wir auch nichts mehr sagen. Das ist Brecheisen. Das muss eine bessere Use haben. Das muss eine bessere Use haben. Ob wir hier noch irgendwas, das wir benutzen können? Nee. Mittelstück für je. Was soll denn das eigentlich sein? Ja, das Ding. Kann man hier drum rum gehen? Nee, auch nicht. Ja, 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 ja. Blablub. Zum Rang. Wir können auch nicht raus. Wir können keine Lampe benutzen. Ja, blablab. Das ist hier die Kasse nehme ich mal an. So, man sieht. Okay, das ist echt nicht schön gemacht. Da wo man nicht hin kann, kann man einfach nicht hinklicken. Also man sieht auch die Begrenzung nicht wirklich. Kann ich hier, wenn ich hier nochmal in die First-Person-View wechsle? Nee. Tja, also wir haben die Ziele erkannt. Wir müssen eine Anweisung vom Direktor besorgen und dem die Jacke. nicht mehr. Aber wie? Vermute ich, die Leute, die es schon gespielt haben, werden sagen, oh, total einfach. Ach. Ach. Ist hier unten noch irgendwas. Das ist hier unten noch irgendwas. Entschuldigung, Herr, es ist für das Gute von Ihrem Theater. Oh, meine Träuser! Meine wunderschönen Träuser! Pfff... Das ist eine Pfeil und Papier. Das ist nur was ich brauche. Ich werde diesen Scha... Das ist ein Schaum von Ihrem Signature. Es sieht nicht aus, wie es ihm gefällt. Also wer es nicht mitbekommen hat, ich habe einfach das... Man, man, man... Das Brecheisen mit dem Bier benutzt und das gibt's um. Naja... Kann man sich jetzt streiten, ob das wirklich... So, damit haben wir die Anweisung, damit haben wir auch das. Dann wollen wir mal gucken. Ich hab' nicht mit dem Timer angeschaut, ich weiß nicht mehr, wie dann die Aufnahme ist. So, der Bobby, der kriegt jetzt seine Jange vom Schäfe. Hey, Lobby-Bobby. Komplimente für die Management. Ja, sehr verpflichtet. Er hat gesagt, es war Zeit, diese Fahrzeuge von der Tür. Ja, und dafür geht er weg. Okay. Und dann haben wir hier die Anweisung für die Schneeschippende Putzfrau. Oh, aufzuheulen. Geh raus. Also, die geht raus, Schneeschippen, und wir kriegen ihren Schlüssel. Warum... ist das so? Das müssen wir auch nicht verstehen. Da ist die Ufi am Schippe. Wir können immer noch nicht retten. Okay, Schlüsselring mit Oberlichtsteuerung. Das nimmt sich um den Schäfe. Zeit, um die Schäfe zu entfernen. Wow. Sehr modern. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Hab ich noch irgendwas bekommen? Ne, ne? Los geht's. Ja. Oh, los geht's. Jetzt ist es. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Jetzt ist er plötzlich andersrum mit Bier. Der Mantel ist auch wieder in der Ecke. Oh Mann, Mann, Mann. Das war's. Nee. Oh Mann, Mann. Oh, ich hoffe, dass du es liebst. Liebst du was, fast zu getötet? Du hast die Bestimmung, meine Lieblingsbeziehung. Pretty... Dope, wie ich glaube, sie sagen in deinem Zeitpunkt. Aber das war nur ein Gerät. Wenn du gut sprachst, du wirst du das Macht um die Zukunft zu einem absoluten Verhältnis. Ich verstehe nichts davon. Was ist das? No matter. Für den Zeitpunkt, du nur wirklich musst du eine Sache verstehen. Wie zurückkommen. Vater, was machst du? Ich zeige dir, was es bedeutet, um die Lieblingsbeziehung zu machen. Ich habe das Buch geschrieben. Und in dem Buch, dieses Theater schützt. Ein Schiff ist immer wieder zurück. 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 Schau mir, Darwin. Find ein Schiff. Nach den Schiff. Risk Atlas. Was? Risk Atlas. Okay. You were right, Darwin. Amira is always backward. Anna! Anna, is that you down there? Darwin, we need to hide. If she finds us down here, she'll go crazy. Okay, more crazy. Mark! Mark! What is this thing? Mark, if it's you down there, please say something. Maybe this wasn't such a good idea. We're trapped up here. Darwin and Neslok are old friends. Okay. Anna? Anna, are you there? Shh! How's not the time? Okay. Thomas? Are you there? It's okay to talk now. Anna? Anna, are you safe? Yes. Thomas? I'm back at the lab. I stopped the theater fire, but then my father started it again. I fear the worst, Anna. It sounds like he's using Edgars Risk Atlas. Okay, und er... macht die Leute böse, oder was? Is Edgars Risk Atlas dangerous? It allowed Edgar to see too far into time. And that changed him deeply. He became untethered to the people and the places he once cared for. I'm all tethered? Do you think that's already happened to my father? Not yet. Your father is still talking to you. But Edgar abandoned me to this asylum, knowing that I dreaded each day for fear he was out there somewhere, orchestrating some terrible events, merely to torment me. Tja. Das ist ja ein bisschen uncool. Und dein Vater auch. Ich wollte nur all die Elsie aus dem Weltall sicherheitlich sein, aber ich entstanden, dass ich das destruktive Kraft meiner Invention zu spät. Wer ist Elsie, Thomas? Du hast sie in deinen Labnoten erwähnt. Warum meine Daughter, natürlich. Es wird mich ja nicht überraschend, wenn wir am Ende damit alles beenden können, indem wir seine Tochter retten, denn dann hat er ja keinen Grund mehr, das alles zu erfinden. Anna. Anna. Erstens. Es ist imperativ, dass du einen Tantalite findest. Einen Tantalite? Was? Ich habe ihn verloren. Hallo, nicht Thomas. Darwin! Tja, und ich würde sagen, wir führen dieses Gespräch im nächsten Let's Play weiter, nachdem wir jetzt dem Theater endlich entkommen sind, durch die Tür, in Anführungszeichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao, ciao! Ciao!